Ruhe, Kinder, ich bitte um Ruhe. Das hier ist euer neuer Kamerad, Ika. Zucchini. Ja, euer neuer Kamerad, Zucchini. Ich würde eher Kartoffel sagen bei dem Gesicht. Simon, das reicht. Willkommen im Haus der Springbrunnen. Ich will endlich wieder nach Hause. Das geht nicht, Zucchini. Aber es wird dir hier gut gehen. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ich verspreche es dir. Das klingt doch wirklich gut. Lass los! Was machst du denn, wenn ich nicht loslasse? Zucchini sagt doch auch was. Das ist nur, weil er verknallt ist. So ein Quatsch. Und du nervst mit deiner blöden Gabel. Na Kartoffel, warum bist du hier? Weißt du nicht, wie selten Kinder, die schon so groß sind wie wir, noch adoptiert werden? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Jethe Schneider. Ja! Bis zum nächsten Mal.